Mein Name ist Michael Henrichs, ich komme von ContentServe und leite den Standort hier im Ruhrgebiet. Meinen Vortrag darf man nicht verpassen, weil PIM ist die Grundlage für alles. ContentServe ist ja einer der etablierten PIM-Anbieter mit tiefer Integration in die Print Suite, aber die Grundlage, die Produktdaten entstehen und werden veredelt, angereichert den PIM in ContentServe. Ich bin das zweite Mal auf dem Print Day. Ich war schon mal auf Jos Monterbauer. Ja, das fühlt sich an wie ein Klassentreffen. Also mittlerweile kennt man die Hälfte der Besucher und das ist klasse, besonders jetzt nach Corona, sich endlich mal wieder zu sehen.